Tom, der Mannschaftskapitän, Mima, der Läufer, Oka, die Macherin, Daisy, das Computergenie, Julian, der Zauberer und der Lebensretter, Pepper. Lass dich vom Handballfieber mitreißen und finde heraus, warum Professor Zweistein und Bodyguard Jack mitten in der Mark bei Toms Eltern auftauchen. Die Kids geben alles im Handball und werden sogar als Testspieler beim Sportunternehmen hoch engagiert. Kurz nach dem Testspiel verschwingt der Professor und zack, schlittern die handballverrückten Kids geradewegs in ihr erstes unschlagbares Abenteuer. Können Sie den Fall lösen? Die Handballgang auf der Spur der geheimen Formel. Ab 31.10.2023 überall im Buchhandel und online erhältlich.